Servus, Uschi! Pass auf, ich lade mich hier gerade das neue Bett. Boah, geil! Ich geh mal aufs Örtliche, da ist ja wohl müde. Nimm dir einfach das Zeug, was da liegt und dann kannst du schon... Alles klar, ich riss mich mal aus, ne? Und wie ist das neue Bett? Ich rechte heute schon ein bisschen zu spielen. Hast du das gesagt? Alter, das lässt sich mal beschissen spielen. Ja, pass auf, das liegt daran. Das muss ich ein Stück hier beschissen, sonst hört dich keiner. Und so warte. Und genau gerade halten, sonst triffst du keinen. Viel Erfolg. Das war schön. Ja, ihr lebt jetzt los zum Flug.